mach das weg mach das weg ich glaube da konnten nur zwei worte meine intention war nicht die jungs da zu filmen ja war wirklich nicht meine intention und ich habe da auch einen schnitt gesetzt aber jetzt habe ich euch gezeigt wie das manchmal kommen kann aber die jungs haben gelabert also die jungs nicht gefährlich also die afrikanische ecke ist immer easy die sie nicht gefährlich also ich nehme sie nicht ernst sind coole leute eigentlich die wollten eigentlich drauf sein wir haben es geregelt ich meine bleibt mal ein bisschen nicht so laut